scheint ja wieder das moment haben die fahne an denen gerade sehr bescheiden rankommen kann man lässt uns gerade nicht so richtig daran gehen um 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 okay 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 und Das war's für heute. Ich schicke das wieder nach oben. Wir haben hier die Fahne hier immer noch. Hier können wir nur zur Zeit das hier machen. Dafür kriegen wir ein Sternchen. Das geht wieder runter. Das wird geschreddert. Ich dachte ja irgendwie. Das spielt hier gerade überhaupt keine Rolle. Das ist schon klar, dass wir nach oben geschickt werden müssen. Vor allem, dass wir in der Mitte stehen müssen. So nehme ich es zumindest an. Ich kann mich da auch komplett vertun. Das ist schon klar, dass wir in der Mitte stehen müssen. Das wird jetzt ernsthaft mit hochgeschickt. Ja, das wird mit hochgeschickt. Ähm. Ähm. Okay. 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 Da geht's. Okay. Okay. definite Frank. Hmm. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich war gerade so ein bisschen, ähm, ja. Ein bisschen neben der Spur, könnte man sagen. Ey. Ähm. Okay, nicht. Ich habe jetzt komplett was falsch gemacht. Ach so, ich wisse oder nicht. Okay. 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 ich bin der meinung dass das mit runter muss das fällt nicht mehr drunter das ist die lösung falsch also der baut im grunde das hier nach die wird das nicht richtig habe ich das gefühl so so Das war's. Ich will nicht wieder nach oben. Irgendwas mache ich hier falsch. Ich kann ja nur... Okay, ich kann den Mülleimer füllen. Mülleimer zu füllen, wird ja auch nichts bringen. Das war's. 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 Das kann ich machen, aber das bringt uns halt auch nichts. Oder wenn er da rauf springt, können wir das so hier machen. Ich habe gerade keine Idee, was passieren könnte. Aber da passiert halt auch nichts. Es wird halt richtig angezeigt. Okay. 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 Das kann doch auch nicht sein, oder? Ich grab halt nicht dran, dass es darum geht. So gesehen, wenn es warm ist, ist es der Elf. Hätte es denken schwer. Ah, das ist ja, wie man sieht, ist es zu hoch. Wir müssen das hier vorne hin machen. Ich würde ja auch die blauen Dinger da wegmachen, wenn es gehen würde. Das hilft nicht. Ja, das ist eine tolle Idee. Er hat einen Hut verloren. Er hat einen Hut verloren. Okay, jetzt kommen wir der Sache näher. Er hat einen Hut verloren. Jetzt kommen wir der Sache viel näher. Ist das gemein. Wenn man nicht immer weiß, welche Steine man hier bewegen kann oder besser gesagt abnehmen kann, ist das schon echt gemein. Das bedeutet, in der Mitte kommt dann auch was anderes hin. Also, sollte. Vora? Bingo. So. 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 sich zum gesehen ein bisschen hier jetzt hinaus weil ja vielleicht noch nicht genau weiß wie und was jetzt weiter aber wir kriegen jetzt hier von mir steine oh m oder abend an den dingen kann man die fahne befestigen die fahne ist und für unten gemeines rätsel das ist echt gemein die Jeeey! jetzt haben wir eine fahne die sache ist nur bringt uns die fahne ist doch das was ich mir vermutet habe wir sind gerettet hatte kommt einfach mit nicht schlecht er ist zu schwer verdammt war irgendwie zu erwarten dass er zu schwer ist bist du schwerer du komischer kasten können uns aber hier oben hat nicht bewegen um drehen wir nach unten ist wieder so dunkel kann man das auch die frage ist kann man das jetzt nicht so einstellen oder auch licht bleibt wir haben ihn spring so ja das haben wir eigentlich nur hier oder kommen wir hier noch irgendwo ja das ja ja war er spricht nicht darauf Moment. Puh, also so richtig an habe ich nur nicht. Ihr springt halt nicht drauf. Wir haben hier genau die eine Platte, mit der können wir halt gerade nicht viel machen, bis darauf, dass wir sie hier hinsetzen können. Hier liegt sie nicht mal richtig. Hm. Warum springt er nicht runter? Ah, deswegen. Ähm. Okay. Ah. Rätsel gelöst. Okay, das können wir wieder rein und raus schieben. Das ist ein Punkt. Ah. Gibt es wieder bunte Teile. So. GEMEINHEIT. Ah, wie ist das so mit Bauern? Das ist richtig. Nicht. Nicht. Hätte jetzt gesagt, der ist richtig. Und hier? Auch nicht. Ach. So. Eins rüber. und nach hinten. hey g'mein, hud kein teil für mich hast du doch immer was für mich na komm na genau dahin wollte ich es haben optimal aber nicht schlimm sollte passen jay auf dem fuß gelandet um okay immer wieder was neues so so